Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Geheimakte 2 Puritas Cordes. Hier ist die Goretti. Ja, ich habe es offscreen noch ein paar Mal versucht. Ich bin nicht drauf gekommen, deswegen habe ich tatsächlich im Internet nachgeguckt. Als ich mir dann diese Rätsellösung im Internet durchgelesen habe, habe ich gedacht, Gott, was für ein Denkfehler. Ja, es ist schon ganz richtig, dass der Springer hier hin musste. Oh Gott, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Allerdings, der Turm gehört nicht hier hin, sondern neben dem weißen Springer. Jetzt bin mir nicht sicher, ob der weiße König da oben oder hier unten bleibt. Auf jeden Fall gehört der schwarze König nach ganz links, weil er steht ja in der Bretagne. Ich kann euch auch noch mal eben den Text vorlesen lassen. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Ja, genau. Das ist der Text. Und klar, das letzte Navarra muss gar nicht sein. Das heißt, der weiße Springer, logisch, ist nicht mehr in Navarra, sondern, was ist das Gebiet daneben? Die Gascogne war es, glaube ich, ne? Genau. Und die Befestigungsanlagen im Osten, jetzt ist mein Handy irgendwie auf, so, mal eben hier lautlos stellen. Jetzt habt ihr einmal das Gepiepe von meinem Handy. Ich gucke mir nämlich gerade neben beiden tatsächlich nochmal das Bild an, das ich vorher gemacht habe. Ähm, und der König ist hier, während er da oben aus der Britannia aus zuschaut. Die Bauern machen Aufstand, war das jetzt hier oder da? Ganz im Norden. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich muss nochmal, ähm, irgendwas nochmal rein ins Internet. Das nützt nix, aber gut, wenn man zusätzlich immer noch nebenher ein Tablet besitzt. Beziehungsweise nur das Handy. Hätte man ja auch machen können, ne? Egal. Was auch immer, es ist völlig wurscht. Ähm, gut. Also. Der weiße König soll unterste Reihe, klar, in der Provence, ganz rechts. Provence war ja auch ganz rechts. Ähm, sein Springer, das ist ja seine Verstärkung, ganz links unterste Reihe. Der schwarze König, klar, guckt aus der Britannia aus zu. Also ganz oben links in der Reihe. Ähm, die Bauern. Ähm, nördlich davon, hier im Internet steht es, dritte Reihe von oben ganz rechts. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil sie spricht ja vom Norden. Warum steht er dann nicht da oben? Ich hab die ganze Zeit immer wieder versucht, den Bauern hier oben hinzustellen. Warum soll der Bauer hier hin? Das verstehe ich nicht. Naja, egal. Na dann rein da, Nina. Na, wo kommst du denn her? Ja, scheint so. Aber ich war auch nicht untätig. Ich hab ein paar Informationen erhalten, mit denen wir die gesuchten Dokumente hoffentlich relativ schnell finden. Ein paar Minuten später. Unglaublich, wie gut diese Aufzeichnungen erhalten sind. Hier haben wir schon etwas. Und die Dokumente von Puritas Cordis, die Bruder Bernhard im 17. Jahrhundert an den Kardinal geschickt hat, sind auch dabei. Ich will mal kurz zusammenfassen, was ich bislang herausfinden konnte. Anscheinend kehrte Zandona völlig verändert von einer seiner Pilgerreisen aus dem gelobten Land zurück. Auf dieser Reise hatte er wohl eine Vision und war fortan wie besessen von der Idee, einen Gottesstaat zu gründen. Wie bescheiden! Ja, aber wie wir wissen, extrem überzeugend. In kleinen Dörfern trat er als Bußprediger auf, der die Sündigen vor Gottesgericht warnte und düstere Prophezeiungen ausstieß. Die er dann ja auch notfalls selbst in die Tat umsetzte. Ein Terrorregime auf Basis der Angst vor der Apokalypse. Ja, und mit bemerkenswertem Erfolg. Seine Anhängerschaft wuchs beinahe stündlich. Besonders in den ländlicheren Gebieten kamen die Menschen in Scharen, um sich ihm anzuschließen. Hier sind auch noch mal die Vorboten der Apokalypse aufgelistet. Zuerst Pestilenz und Krankheit, als nächstes die Bestrafung der Habgierigen, dann Krieg, Erdbeben, Feuer, gefolgt von einer Sintflut. Soweit wissen wir das ja alles schon. Was soll als nächstes passieren? Die Vorboten sollen die Könige der Welt dazu bringen, sich im neuen Babel zu versammeln und Rat zu halten. Dort will Puritas Cordes sie dann auf einen Schlag vernichten, damit die Sekte, die sich für die Elite der Menschheit hält, eine neue Weltordnung erschaffen kann. Neues Babel? Was soll das? New York? Das passt auf New York. Puritas Cordes will die UN-Vollversammlung auslöschen. Wir müssen meinen Vater anrufen. Er... Er wird untergehen, so wie all die anderen Unwürdigen mit ihm. Gottes Wille ist mit uns. Niemand kann uns aufhalten. Und ihr beiden schon gar nicht? Los, mitkommen! Laufen Sie! Schnell! Das... Ah, Frau Kalenko. Ach nee. So sieht man sich wieder. Sie erinnern sich vielleicht an mich, der charmante Barkeeper auf der Kalypso. Aber genug der Höflichkeiten. Wir finden ihre Bemühungen, uns aufzuhalten, ein bedauerliches Ende. Nein! Und wieder ein Ärgernis weniger. Können wir jetzt aufbrechen? Oder wollen Sie Ihrem Kollegen folgen? Nein? In Ordnung, dann lassen Sie uns gehen. Wir werden einen kleinen Ausflug aufs Land machen. Schmantem. Jetzt schuhe ich schon seit Stunden in dieser Zelle und warte drauf, dass dieser Pat Shelton endlich wiederkommt. Wenn ich nur wüsste, was er eigentlich von mir will und was Nina mit der Sache zu tun hat. Es muss ja irgendwie mit den Vorfällen in Indonesien zusammenhängen. Okay, überlegen wir mal. Die haben einen Vulkan zum Ausbruch gebracht und ich war Zeuge. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterverfolgen, kommen wir zu der Feststellung, dass sie solche Zeugen vermutlich nicht sonderlich mögen. Fazit? Hier werde ich wohl keinen Spaß haben. Ich sollte mich also schleunigst vom Acker machen. Bleibt nur die Frage, wie. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas organisieren, um hier abhauen zu können. So ist es, mein Freund. Ein charmanter Barkeeper auf der Kalypse. Ich fand den alles andere als charmant. Ja, und jetzt stehen wir hier wieder. Das war ja mit Max und in dieser Höhle ist ja einiges scheinbar jetzt passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich der gute Kurell, David Kurell, erschossen worden ist oder ob er es nicht geschafft hat, seinen Widersacher zu entwaffnen, erschießen und von der Brücke zu stoßen. Da gehe ich mal von aus, weil Helden sterben nicht in solchen Spielen. So Max, dann kümmern wir uns mal um dich. Du, hier ein Fenster, da kommst du mit Sicherheit nicht raus. Die Zellentür, da ist ja auch eine schöne Zelle. Den Stuhl, da können wir nichts mitmachen. Stroh, da können wir bestimmt noch was drin suchen. Ja, die Tür natürlich. Zahlenfeld. Alarmknopf. Guck mal, da sind ganz viele Bilder. Dann ein Tellerchen. Eine Kutte, die können wir anziehen. Ofenklappe und Ofen, Ofenklappe und Ofen selbst. Okay. Müllgreifer. Ach, das gehört alles noch zum Ofen dazu. Alles klar. Zellentür, logisch. Mehr ist hier nicht, oder? Nö, ich glaube, ich habe alles. Ja gut, dann gucken wir uns mal alles an. Ach, das ist doof. Das stimmt. Ich nehme an, der Apfel hatte nicht schon immer dieses weiße Pelzmäntelchen. Nein, bitte, das will ich gar nicht wissen. Das ist ja ekelhaft. Selbst bei genauerer Untersuchung kann ich keine Schwachstellen ausmachen. Schade aber auch. Nicht aus Edelstahl und auch nicht rostfrei, aber dennoch sehr effektiv. Hm, nicht rostfrei. Damit kann man Müll vom Boden aufsammeln, ohne sich bücken zu müssen. Sehr praktisch, wenn man alt ist. Oder faul. Ich hatte auch mal so ein Ding. Ein alter Kanonenofen. Scheint aber kaputt zu sein. Zumindest wurde er wohl schon lange nicht mehr benutzt. Es knarzt ganz komisch hier drin. Ist das wirklich das Holz? Oder auf einem Schiff können wir nicht sein. Nicht bei solchen Fenstern. Eine gusseiserne Ofenklappe. Ich glaube, die Sektenmitglieder tragen nur deshalb solche Kutten mit Kapuze, damit man ihre hässlichen Gesichter nicht sehen muss. Eigentlich sehr rücksichtsvoll von ihnen. Da hast du recht, Max. Äh, hier. Sieht aus wie ein Alarmknopf. Ein Zahlenfeld zur Codeingabe. Hm. Ja, da will ich raus. Falls jemand weiß, wie das geht, möge er sich bitte bei mir melden. Ähm, sobald ich weiß, wie das geht, melde ich mich natürlich bei dir, lieber Max. So. Die Abstände zwischen den Gitterstäben sind viel zu klein, um durchzukriechen. Ende der Diskussion. Kannst du den Apfel nehmen? Oh, ekelhaft. Muss das sein? Ja, muss wohl. Oh nein. Du armer Kerl. Ein schimmeliger alter Apfel. Ich nehme an, der Apfel hatte nicht schon immer dieses weiße Pelzmäntelchen. Oh, ekelhaft. Man könnte den Gestank vielleicht als Waffe einsetzen, aber ich wäre wohl der Erste, der davon umkippt. Also lass ich das Zeug, wo es ist. Alles klar, kommst du an den Müllgreifer dran? Ich würde ja gerne, aber wie heißt es doch gleich? Männer haben kurze Arme. Dazu sag ich jetzt mal lieber gar nichts. Ähm, das Einzige, was wir haben, ist tatsächlich eine Apfel. Können wir den da dran schmeißen? Den schimmeligen Apfel. Wenn ich den Müllgreifer genau treffe und das Ding dann auch noch in die richtige Richtung umfällt. Versuch dein Glück. Sehr gut. Somit kommen wir zumindest schon mal an einige Dinge heran. Ähm, möchtest du den gammeligen Apfel wieder nehmen? Der ist viel zu massiv, um ihn mit einem dünnen Stock umzukippen oder zu zerstören. Das heißt, den Apfel kann ich gar nicht anfahren. Nein, okay. Okay, die Klappe. Ich muss die Klappe nur aus den Angeln ziehen und... Was zur Hölle soll ich mit so einer Klappe? Geschafft. So, jetzt fehlt nur noch die gute Gelegenheit, ein kurzer Schlag und schnelle Beine. Ach, das war's schon? Mitkommen. Pat Shelton will sie sehen. Mist. Gegen zwei Leute kann ich mit meiner kleinen Ofenklappe wenig ausrichten. Ich sollte auf eine bessere Gelegenheit warten. Okay. Na, das ging ja flott. Ah ja. Wir sind scheinbar auf einem uralten Schloss oder wie oder was. Vermute ich mal. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Nina. Max. Ja. Nina Kalenko und Max Gruber. Ich würde sie jetzt liebend gerne ihr Wiedersehen gebührend feiern lassen. Aber leider haben wir dafür keine Zeit. Der Grund für unsere kleine Zusammenkunft ist ganz einfach. Sie wollen etwas wissen und ich will etwas wissen. Ihre Geschichte, dass Sie sich nur ganz zufällig an zwei völlig unterschiedlichen Orten der Welt für eine gemeinsame Sache interessieren, wer soll das glauben? Das wäre schon bei völlig fremden Menschen unwahrscheinlich. Aber bei Ihnen beiden? Und so ganz zufällig war die Zusammenarbeit mit David Corell vom kirchlichen Geheimdienst mit Sicherheit auch nicht. Ich weiß nicht, für wen Sie arbeiten, aber Sie wissen mehr, als Sie mir erzählt haben. Viel mehr. Und doch wissen Sie bestimmt nicht alles. Also machen wir einen kleinen Deal. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, was Sie wissen wollen. Sehen Sie, die Wahrheit ist wie eine ewige Flamme. Man kann versuchen, sie zu verbergen oder zu verdunkeln. Nur löschen kann man sie nicht. Und die Wahrheit hat Ihr hässliches Gesicht schon lange nicht mehr hinter dem Schleier der Technik und des Fortschritts verborgen. Sie zeigt uns Tag für Tag Ihre schreckliche Fratze. Jede Stunde verhungern 660 Kinder. Millionen von Menschen schuften unter menschenunwürdigen Bedingungen, während ihre Bosse immer reicher und fetter werden. Die Wüsten breiten sich immer weiter aus. Die Polarkappen schmelzen. Das Ozonloch wächst. Die Klimakatastrophe steht kurz bevor. Jeden Tag geben wir unser Bestes, unseren Planeten nach allen Kräften zu zerstören. Allein heute sind wieder fast 140 Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. Ja, schrecklich. Und nun? Sie können diese Welt zu einem besseren Ort machen? Ich kann. Zandona war ein großer Prophet. Zu groß für seine Zeit. Seine Vision ließ sich im 17. Jahrhundert noch nicht realisieren. Heute sieht das anders aus. Vision? Zandona hatte keine Vision. Er war nur ein kranker Kopf, der die Welt vernichten wollte. Vernichten? Oh, ihr Blinden! Er wollte nicht die Welt vernichten. Er wollte nur all jenes Übel auslöschen, was für die Vernichtung dieser Welt verantwortlich ist. Ich werde es Ihnen zeigen. Na, da bin ich aber mal gespannt. Das hier ist die kanarische Insel La Palma. Ein Urlaubsparadies für Sonnenliebhaber. Interessant ist die Insel für uns aber aus einem ganz anderen Grund. Der Vulkan Cumbre Vieja. Die brüchige Westflanke dieses Vulkans ist durchzogen von Felsspalten und Rissen, in denen sich Wasser gesammelt hat. Und jetzt wird es interessant. Durch die Platzierung mehrerer Bomben an genau berechneten Stellen können wir dieses Wasser durch thermonukleare Explosionen so stark erhitzen, dass es schlagartig verdampft. Und wenn Sie im Physikunterricht aufgepasst haben, werden Sie wissen, dass eine so plötzlich auftretende Verdampfung von Wasser einen derart gewaltigen Druck erzeugt, dass die brüchige Flanke des Vulkans abrutscht und ins Meer stürzt. Hören Sie schon, was jetzt kommt? Genau, ein Tsunami. 200 Meter hohe Wellen rasen mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs über den Atlantik. Dieser gewaltige Tsunami wird über die Ostküste der USA hinwegfegen. New York versinkt in den apokalyptischen Fluten und mit ihm die selbsternannten Herrscher der Welt, die sich derzeit im UN-Hauptquartier gegenseitig an blinder Inkompetenz überbieten. Oh mein Gott. Das entstandene Machtvakuum werden unsere Anhänger ausfüllen, die zum Teil seit Jahrzehnten an den entscheidenden Stellen sitzen. Sie werden die Macht übernehmen und die Menschen in ein goldenes Zeitalter führen. Außer den Menschen an der Ostküste. Die werden Sie wohl nirgendwo mehr hinführen. Hören Sie mir nicht zu? Ich sagte doch, es geht darum, die Erde zu retten. Indem Sie Millionen Menschen jämmerlich ertrinken lassen? Was für eine Rettung soll das sein? Nun, ich errette sie vor ihrer eigenen Zerstörungswut. Früher oder später würden sie sich sowieso gegenseitig umbringen. Aber dann dürften nicht nur ein paar Millionen Menschen sterben, sondern die Lebensgrundlage auf diesem Planeten wird für immer zerstört. Sehen Sie denn nicht? Die Mächtigen dieser Welt treiben uns Tag für Tag dem Ende entgegen. Doch nun haben wir die Möglichkeit, das Übel an der Wurzel zu packen und ein für alle Mal auszurotten. Ohne ihre Herrscher werden die Menschen hilflos sein, wie eine Schafherde ohne Schäfer. Sie werden sich Gott zuwenden und Puritas Cordis, denn wir haben die Katastrophe kommen sehen. Und wir sind es auch, die wissen, wie weitere Katastrophen zu verhindern sind. Und niemand ahnt, dass Puritas Cordis die Katastrophen selbst ausgelöst hat? Es ziemt sich für das Schaf nicht, den Willen des Schäfers zu hinterfragen. Wir werden die Menschen ein gottgefälliges Leben lehren, werden sie im Geiste Zandonas erziehen und am neuen Gottesstaat teilhaben lassen. Angeführt werden sie von unseren Anhängern, die wir aus den Klügsten der Klugen und den Framsten der Frommen rekrutiert haben. Und was wird Ihre Rolle in diesem Staat sein? Ich werde die Stimme sein, die den Willen Gottes verkündet. Das heißt, Sie herrschen über alle anderen. Es geht also eigentlich nur um Macht, wie immer. Natürlich, um die Macht Gottes. Aber genug von mir. Genug von uns. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt und Ihnen vieles von dem erzählt, was Sie bestimmt noch nicht wussten. Zumindest nicht so detailliert. Jetzt ist es an Ihnen, Ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Für wen genau arbeiten Sie? Was wissen Sie? Wer weiß noch davon? Und wie will der kirchliche Geheimdienst das Unausweichliche verhindern? Wir hatten eine Abmachung. Reden Sie! Für wen wir arbeiten? Kirchlicher Geheimdienst? Keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen, aber Ihr Hirn scheint durch den ganzen Zandonamist schon ziemlich aufgeweicht zu sein. Anders kann ich mir das sonst kaum erklären. Ich lasse mich von Ihnen nicht zum Narren halten. Nun gut, Sie haben es nicht anders gewollt. Oh oh. Sehen Sie das Grab da drüben? Ganz frisch ausgehoben. Es fehlt nur noch die entsprechende Leiche. Also ich frage Sie ein letztes Mal. Was wissen Sie? Mit wem haben Sie darüber geredet? Und welche Rolle spielt der kirchliche Geheimdienst? Gottes Willen, was für ein krankes Hirn. Ich weiß nichts, was das ja definitiv der Wahrheit entspricht. Nichts sagen ist keine gute Option, glaube ich. Alles erzählen. Erstmal, ich weiß nichts. Ich meine, wir wissen ja auch nichts. Außer das, was Puritas Cordes ist und was er uns jetzt gerade erzählt hat. Wissen wir nicht wirklich. Gut, Sie wollen versuchen, Sie aufzuhalten. Das ist auch alles. Tut mir leid, aber ich weiß nichts von irgendwelchen Geheimdiensten. Und den Mann, der Ihnen darüber vielleicht etwas hätte erzählen können, haben Ihre Leute ja kaltblütig erschossen. Wenn Sie glauben, dass wir hier nur Spielchen spielen, dann haben Sie sich getäuscht. Max ist jetzt tot. War klar. Oh nein. Ein völlig unnötiger Tod, den alleine Sie und Ihre Dickköpfigkeit zu verantworten haben. Ich gebe Ihnen jetzt ein wenig Zeit, über Ihre Verfehlung nachzudehnen. Vielleicht sind Sie ja bei unserem nächsten Gespräch etwas kooperativer. Bringt Sie in die Zelle! Was habe ich nur getan? Max ist tot. Ich hätte es verhindern müssen. Egal wie, aber ich hätte es verhindern müssen. Ich war als Einzige in der Lage, diese Katastrophe abzuwenden. Ich hätte meinen Vater retten können. Ich hätte Max retten können. Ja, ich hätte. Und was habe ich tatsächlich? Ich habe David Corell auf dem Gewissen, der umgebracht wurde, weil er mir zur Flucht verhelfen wollte. Für den Tod von Max habe ich sogar nur eine einzige falsche Antwort gebraucht. Und mein Vater wird der Nächste sein. Und was tue ich? Ich sitze hier in einer Zelle und warte, bis man mich erlöst. Hoffentlich muss ich nicht so lange warten. Ich wusste, dass Max lebt. Der hat bestimmt die Stahlplatte vor der Brust gehabt. Sehr gut, Max. So ist es. Jeder sollte eine Ofenklappe bei sich tragen. Wie gut, dass ich wirklich jeden Mist mitnehme. Ach, du bist der Hammer, lieber Max. Aber lieber Max, ich werde jetzt hier einen Schnitt setzen und dann werde ich mit dir in der nächsten Folge weiterspielen und gucken, was du so alles erreichen kannst. Und Nina, ja, soll sie mal in Selbstmitleid kurze Zeit verfallen. Sie wird sich sehr freuen, wenn sie dann den Max tatsächlich wieder sieht. Bis hierher bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr fand es auch so interessant. Also ich stand, saß oder sitze hier vor meinem Bildschirm und ich habe mich echt gewundert irgendwie über diese Lügen, Propaganda von Puritas Cordes und dem Blödsinn, den sie da erzählen. Letzten Endes, Max hat es ganz recht getroffen. Geht es nur um Macht und das, was Pat Shelton am meisten will, nämlich Macht über die gesamte Menschheit. So, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allem gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.